Hey, hey, hallo ihr Leute und willkommen. Eigentlich sollte jetzt Kallistin Gebote kommen und um 18.30 Uhr Kallistin Gebote Part 2. Aber leider ist mir gerade was aufgefallen. Mein Aufnahmprogramm hat ein Fail gemacht. Schaut das euch mal an. Eine Minute haben wir. Das heißt, die Map wäre eigentlich von der Länge her in zwei Parts geschnitten geworden. Äh, da es aber nur eine Minute ist, ich kann es gerne schneiden in zwei Parts. Aber, ja, das war die Map von Pipi Gahl. Und ich kann es nicht hochladen. Ist bei mir kaputt, die Aufnahme. Deswegen bitte ich euch, Link ist in der Beschreibung. Schaut es euch bei mir an. Hier im Anschluss wird jetzt ein kleiner Zusammenschnitt aus Black Ops 3 Zombie Modus laufen, für den, wen es gefällt. Wenn nicht, kann einfach abschalten und gut ist. Und für die Leute, die es gefällt, können natürlich gerne einen Daumen nach oben geben. Ich weiß nicht. Aber ich habe gerade schon extra nachgeguckt. Die Folge 3, die nächstes Wochenende rauskommt am Sonntag. Die ist nicht beschädigt. Sie ist heile. Tja, kann man leider nichts machen. Das waren knapp eine Stunde Aufnahme oder so. Das waren zwei Parts geteilt. Schade eigentlich. Ich gucke gerade, wie lange ich aufnehme. Schade eigentlich. Aber naja, egal. Kann man nichts machen, so was passiert. Hashtag einfach menschlich, ne? Wir sind die Menschlichen. Und ich würde einfach sagen, Schwamm drüber. Scheiß jetzt drauf. Kann man leider nichts dran ändern. Das ist zwar schade, denn die Map war echt geil. Die Folge war echt cool. Aber naja, schaut es bei mir das an. Wie gesagt, der Link ist gleich oben in der Videobeschreibung. Und ja, viel Spaß jetzt mit Black Ops 3 Zombie Modus. Hey, 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 hallo ihr Leute und willkommen hier zu Black Ops 3 mit dem Siren. Juhu. Einen guten Tag wünsche ich euch. Genau. Ja, wie gehabt, ne? Genau, wie gehabt. Wir spielen Zombie Modus. Und es wird aber auch kein Let's Play in dem Sinne. Jetzt ganz kurz am Anfang, um euch zu erklären, was abgeht. Wir spielen hier Zombie Modus. Wie gesagt, unser Ziel ist es, alle Rituale zu machen. Ich bin doch ein Anfänger. Es ist jetzt der dritte Tag, wo ich Black Ops 3 spiele. Habe ich gesponsert bekommen vom Xion. Link in der Videobeschreibung. Das sollte ich auch nicht vergessen. Oh, wow. Und ich versuche jetzt so ein paar Zusammenschnitte zu machen. Das heißt, wir spielen jetzt einfach keine große Sachen mit, hey Leute und Zuschauer, bla, bla, bla. Sondern so ein bisschen zusammengeschnittene Schnipsel, ein paar Szenen. Also viel Spaß. Ich mache die Tür auf. Boah, ich rieche die Lüfter aber gerade bei mir. Cool. Bei mir riecht es aber auch anders. Und ich rieche meine Creme aus meinem Gesicht. Weil ich habe mich heute ein bisschen rasiert. Wow. Ja, ich hatte heute keinen Bock mehr. Ich habe gesagt, so, ja, nee, ich mache den ganzen Rest jetzt weg. Du weißt ja, wie es aussah. An den Seiten war ja richtig viel und so. Machst du ein Facecam an? Ja. Achso. Das hat mich so mega angekotzt. Angekotzt? Angekotet. Und deswegen habe ich gesagt, so, yo, mega, ich mache das weg. Hm, warte, ich suche halt mal die Spritze. Was für eine Spritze eigentlich? Die Gartenspritze, damit man die Dinger hier kaputt machen kann. Achso. Wie sieht denn das aus, damit ich das nächste Mal auch Bescheid weiß? Das ist wie eine Gartenspritze. Gartenspritze? Ich kenne keine Gartenspritze. Der Zombie rennt, er macht alles nieder. Der Zombie rennt, nichts kann ihm widerstehen. Ich bin oben im Ritualraum. Ich renne einmal durch. So, dass er mir folgt. Gut, ja, ich mache jetzt das Ritual. Ja, ich wollte gerade sagen, geh rein, ich gehe jetzt mit ihm raus auf den Marktplatz. Kalle ist immer so ein bisschen der Treiber, der, 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 ich mache die ganzen Rituale, weil er dann immer stirbt, wenn er mit drinne hilft. Ja, ja, ich bleibe nicht, ich bleibe immer irgendwo hängen. Oh Gott. Oh, das ist noch länger. Nein, 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 oh, jetzt hat er mich. Egal. Pass auf, der Zombie kommt rein. Ist egal, ich bleibe jetzt erst mal liegen. Ritual ist eh vorbei. Ja, pass auf, der kommt die Treppe hoch, also da, wo der Fluchtweg ist, von uns. Der Rohr muss beim Heiligen auch. So. Oh, schnell weg, danke. Hast du ihn erledigt? Ja. Wo ist der Stahl? Ja, wir sind ja jetzt eh fertig. Oh, das war jetzt auch natürlich dämlich. Du bist auch die Olle, die kann ja auch nichts. Kommt, komm, wir haben die Weltbeleister doch mit diesem Herzen vergehen. Ihr wurdet erweckt. Ich glaube, wir sind mal auf dem Marktplatz. Ja. Wie meinst du das? So, ich hoffe, ich habe alles. Oh. Oh. Gleich. Ich habe das auch schon mit den Schwertern gemacht, vorhin im Singleplayer. Du bist ja schon Level 5, wa? Level 5? Level 5? Hä? Was meinst du? Du bist Level 5. Ich verstehe jetzt gerade nicht, was du meinst. Du bist Level 5. Dein Charakter. Ach so, ja, jetzt bin ich, jetzt bin ich. Oh, Jesus. Ich war gerade echt gerade ein bisschen. Lebt da noch bei dir einer? Ich sehe gerade keinen, Mann. Ich gucke. Also, bei mir ist hier noch einer. Deshalb? Ich glaube, hier bei mir ist nichts mehr. Gut. Dann komm mit. Jo, ich bin auf dem Weg. Und dann wieder aufregen, wenn es nicht funktioniert. Hier, ja, ne? Nein, nein, nein. Mich lässt du in Ruhe. Da vorne ist der Zombie. Pass auf. Ja, ja, ich sehe ihn. Komm mit. Mein Fluch schläft. Machst du wieder das Türchen auf? Da hinten? Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ah! Ist auf. Ja. Ich tanke den Zombie so lange. So, und zurück zum Menschen. So, ich habe den Zombie. Komm her. Nein, nicht hinter Siren hinterher. Komm her. Komm, Zombie. Oh, jetzt hat er mich. Pass auf, ich renne gerade. Ah, ich renne hier am Andieb vorbei. Okay, du kannst rein, du kannst anfangen. Ich bin schon drin. Gut. Ah, ich bin drin. Ah, Johnny. Alter. Du alter Arschkriecher irgendwie, ne? Ah, ja, Rode. Hä, wo ist denn der jetzt hin? Der ist bei mir drin, ne? Oh, ist das so ein Fotzenkorb. So ein Fotzen, Figaro. Warte mal, vielleicht kann ich ihn auslocken. Renn mal an mir vorbei. Renn mal an der Tür vorbei. Nee. Zombie, komm her. Zombie. Oh. Das dauert auch so unglaublich lange. Pass auf, ne? Wenn der jetzt hier drin stirbt vom Ritual, dann kommt ein neuer, ne? Für ihn. Oh. 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 Warum dauert denn das so lang? Hast du ihn getötet? Ich habe einen Zombie getötet. Musste ich. Okay. Ja, 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 ja. Hier, das Würmchen nimmst du. Warte. Schnell weg hier. Gut. Kommt doch wieder das Vieh. Achtung, Zombie. Ja. Ja. Nimm mal kurz die Zombies ab. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Und beinahe wäre es wahr. Oh, geil. Oh, geil. Oh, ja. Schleck. Hast du das Vieh schon abgeschossen? Nee, der lebt doch noch, oder? Der lebt noch. Ich brauche unbedingt Punkte für eine Waffe. Ja, ich weiß. Ah. Ich bin weg hier. Nicht, dass wir wieder von hinten kommen. Nein! Oh, jetzt haben diese Viecher. Oh, mein Gott. Oh, er ist tot. Ja, wir haben noch ein Fliegevieh über uns. Soll ich das abschießen? Habe ich schon getötet. Nee, du tötest. Ja, gut. Warte. Du, das ist tot. Doppelte Punkte. Okay, da hinten sind noch zwei Zombies. Ja, drei. Hier vorne ist noch einer. Hä, noch so ein Vieh. Hinter dir ist noch einer. Schieß ihn ab. Ist das der letzte? Noch nicht der letzte? Nein, nein. Gut. Hol dir eine Waffe. Ich warte hier auf den Marktplatz. Jo. Das ist gut. Dann bin ich jetzt wenigstens ungeschützt sozusagen. Ungeschützt? Ja, ich warte jetzt ungeschützt sagen. Hashtag ungeschützt. Oh, ja. Was habe ich denn bekommen? Ich habe irgendein Glas bekommen. Ja, das ist eine Granate. Eine zweite. Die locken Zombies an. Oh, das ist natürlich... Oh, na toll. Den Zombie lasse ich leben, der... Nee, nee, nicht da. Nicht durch die Bombe, nicht durch die Bombe. Bloß nicht. Soll ich draußen wieder warten? Ja. Okay. Falls der Zombie kommt, kann ich ihn wegblocken. Die Kalle muss draußen bleiben. Wir gehen zusammen ins Hotel. Ah, hier hinten ist auch offen. Das weiß ich, ich kann dann nicht zur Not, wenn er kommt. Da ist er nämlich. Da ist nämlich die Zombie-Dame. Aber warum ist die so langsam? Ah, nee, das ist gar nicht die letzte. Okay, dann kann ich die alte ja töten. Warte bitte. Schema, bitte. Lass mich doch erstmal das Rettual machen, was hier fünf Minuten dauert. Der Zombie lebt doch noch, der andere. Ich überlasse dir da auch mal irgendwann das Ritual machen. Ja, wenn ich ein bisschen sicherer drin bin, auf jeden Fall. Kannst du dir dann ein Video angucken. Nee, kannst du dir gar nicht angucken im Video. Ha. Komm, Fifi, komm. Put, 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 put. 60 Grad Celsius hat mein GPU. 74. Und jetzt 60. Kann man sich eigentlich nicht beklagen. Nö. Aber gut, ich habe gestern noch gestreamt dabei und alles. Das ist eine Normalauslastung bei mir gerade. Oh, endlich. Meine Fresse, hat das lange gedauert. So, das Wärmchen müssen wir hier stehen lassen. Merkt ihr mal Bordell? Ja. Und Bolesk. Das sind die beiden. Bolesk müssen wir noch machen, ne? Bolesk müssen wir noch machen, ja. Ja, lad nach. Okay, Bolesk ist offen. Nice. Ich werde hier erstmal verfolgt. Kurz runter. Nein, nein, nein. Nein, lass mich. Wie, ich aber auch jedes Mal, wenn er mich haut, nicht zur Seite wegrennen kann, ne? Ja, das ist klar. Du kriegst ja auch einen Schlag. Aber im echten Leben gehe ich auch mal nach links. Und kann nicht sagen, hallo, ich kann mich nicht überwählen. Ich bin immer gegen den Kasten. Ja, wir sind da aber nicht hinten im Spiel live. Uh, was war denn das? Hier ist noch ein Zombie bei mir. Bei mir ist nichts. Ich habe Waffe, ich komme, ne? Oh, schon wieder ein schönes MG, Alter. Broadway ist übrigens schon offen, ne? Ja, genau. Der Zombie hier ist von dir. Aber lass ihn doch nicht töten am besten. Nee, nee, ich mache jetzt das Ritual. Gut. Ich komme mal mit auf den Broadway. Da renne ich mit ihm dann rum. Hi, du kannst noch mal kurz in Beast Mode gehen. Und kannst hier die Tür hier öffnen. Schläft. Schläft? Auch bei dir, okay. Ja, bei mir schläft er auch. Mach ich gleich, wenn wir mit dem Ritual fertig sind. Dann dürfte es ja hoffentlich gehen, eventuell. Nee, das finde ich... Warte mal, warte mal, warte mal. Ich gucke mal, ob der hier geht. Der ist bei mir lila. Ja, das Zeichen unten ist rot, oder nicht? Ja, ja, bei mir, nee. Bei mir ist es blau. Nur der da vorne hat geschlafen. Dann mach die Tür denn mal auf. Danke. Ist auf. Jo. Gut. Kannst wieder rausgehen mit dem Zombie. Geh raus. Ich bin auf dem Weg. Ich muss auch gucken, dass der Zombie mitkommt. Warte, 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 warte. Der Zombie ist gefallen. Und, okay. Weil nicht, dass er nicht rauskommt, oder so. Obwohl, eigentlich kommt der raus. Der ist ja Zombie. Lad nach, was du alles nachladen kannst. Warte, warte, warte. Und, und, und. Jo. Zum Glück ist Friendly Fire aus. Jetzt habe ich eine Granate reingeworfen. Ich wollte eigentlich F-drücken nicht G. Von hinten bei mir kommt noch ein Zombie. Ich weiß nicht, ob das der letzte ist. Nee. Nee, ist nicht der letzte. Von da drinnen kommt auch noch mal einer. Oh, Leute. Schöne den hier. So, ich weiß nicht, ob bei dir noch einer ist. Bei mir sehe ich jetzt gar keinen. Bei mir ist noch einer. Okay, weil ich gucke gerade hinten nochmal, ob hier noch einer rauskriecht. Das sieht, ähm, sieht nicht so aus. Ich mache hier nochmal zu für die nächste Runde. Ja. Dann haben wir das nicht, weil wir haben hier die ganzen Fenster offen. Gucken wir mal das obere Fenster auch an, damit die nicht in die Kappe runterkommen. Machen wir auch mal komplett zu hier. Du musst dann die Tür vom Bordell aufkaufen, ne? Bitte. Ja, zeig mir dann nochmal welche und dann machen wir das. So, warte, wir haben ein Fenster ist ja noch offen. Kaum scheiß das Fenster. Ja, das ist schon... Nicht wichtig, weil wir da eh nicht sind, wenn die kommen. So, ich habe nur ein bisschen zugemacht. So, dann muss ich mir zeigen, welche Tür ich komme. Oh, hier ist noch ein Zombie. Das ist mein Zombie, das ist der letzte. Nein, nein, das war ein zweiter, das war ein zweiter. Jetzt rennt der nämlich. Komm mit. Die Tür? Ja. Okay, warte, ich muss gucken, wo der nächste Biest ist, weil der oben ist bei mir rot. Ich renne mit dem Kreis um die Säule. Ja, ich muss nur kurz gucken, wo der nächste ist. Und mir genau den Weg planen. Warte mal, so. Ah, okay, hier kann ich machen. Dann runter in den Kanal. Ich hoffe, das reicht. Das reicht, das fahre ich doch auch immer. Was soll ich müssen machen? Da, Elektroshot. Ah ja, Elektroshot. Ist offen? Hab ich. Gut. Ja. Und Rückkehr zum Menschen. So. Komm zu dir. Okay, du nimmst den, ja. Ich renne hier auf der anderen Seite lang. Du hast den Zombie bei dir, ne? Ja, ich mache jetzt das Rettort ein. Nimm den Zombie ab. Ja, der rennt gerade hier mir hinterher. Alles, alles easy. Okay, er verfolgt mich. Warte, ich renne raus. Ich sage Bescheid, wenn ich draußen bin. Komm her, Zombie, komm. Nein. Oh, jetzt renn doch nicht wieder hoch, du Vollpfosten. Komm her. Oh, nicht mich töten. Warte mal. Oh, Alter, was für ein Dreckding. Du stehst oben genau an der Stelle, dass er dann sofort hinterher wieder nach oben rennt. Warte. Warte, 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 warte. Und, und, und. Ja, kannst. Junge. Was für eine Geburt. Ja, sicher, aber wir werden es gleich sehen. Ich renne jetzt wieder hoch. Ich renne jetzt die Treppe wieder runter zur Kiste. Und da bist du rausgekommen. Ich habe es mir schon fast gedacht, ja. Das Würmchen hast du, ja? Das Würmchen habe ich. Gut. Gut, jetzt wird es hart. Ich nehme rechts wieder die Wand. Ui. Du weißt schon, dass du, wenn du Laufen gedrückt hältst und Leertaste gedrückt hast, dass du schneller dranläufst, ne? Wusste ich nicht, nein. Gut. Jetzt geht's los. Nein, Zombie, 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 lass mich in Ruhe. Du musst sowieso rennen. Ich weiß. Weil die, die Roten sind nicht gesund. Das ist für ein Backstein. Was ist Rot und haut die Zähne ein? Ein Backstein. Nee, was ist Rot und nicht gut für die Zähne, heißt das. Mach schnell. Nee, lauf du. Wir laufen wieder gegeneinander. Ich kenne uns doch. So puncht man übrigens eine Waffe, Leute, ne? Oh, wir haben es geschafft, glaube ich. Ja. Haben wir auch. So, und jetzt raus hier. Warte, ich bin auf dem Weg. Oh, so. Das ist ein... Egal. Oh, jetzt werde ich verfolgt wieder. Ach, das war die falsche Tür. So, ich werde zurückgeportet. So, ich renne hinterher. Es kommt ein dicker, ne? Ja, dann lass auf jeden Fall zum Dings. Oh, da hinten ist er. Komm her. Warum? Der ist doch noch weit weg. Ach so. Komm zu dir. Bist du hinter mir? Nö. Warte, ich komme zum Marktplatz. Mach das. Wo ist er denn jetzt? Bei mir. Packst du es? Der will ja echt nach oben, ne? Kann er auch. Ich komme wieder runter. Scheiße. Ich habe ja noch den Zombie, ne? Also, by the way. Ja, warte. Ich komme von hinten. Oh, nice. Das Liefi ist tot. Ist alles tot. Ah, egal, ja? Ist auch okay so jetzt. Ja, jetzt ist in Ordnung. Jetzt gehe ich nämlich runter in den Keller. Nee, ich komme. Also, nachdem die Runde vorbei ist. Nachdem wir noch einen. Ach so, ja, ja, ja. Genau. Ah, gib mir doch endlich mal eine Waffe da draus. Die Locos oder sowas. Also, ey, ich meine Frash. Ach, Granaten. Oh, hier ist ja volle Munition. Maximale Munition. Mach kurz zu. Hier ist schon wieder maximale Munition. Ja, aber wir haben gerade. Ich würde es noch nicht benutzen. Die spawnt aber eh gleich. Also, von daher ist das egal. Oh, oh, oh. Ich habe nur... Oh, oh, oh. Oh, ist er weg. Ist er weg. Oh, oh. Ich war gerade am Nachladen. Das war der letzte. Egal, machen wir die Runde auch noch schnell. Von den letzten habe ich dich getötet. Du warst das. Nee, den hast du mit der Pistole abgeschossen. Das habe ich genau gesehen. Ich habe den vorderen geschossen. Den vorderen habe ich abgeschossen. Ja, die liefen halt normalerweise ineinander. Nein. Müssen wir den letzten davon leben lassen, ne? Haben wir jetzt auch noch Zombies? Auch noch, ne? Oh Gott, bewegen, bewegen, bewegen. Das sind viel zu viele hier auf einmal gewesen. Ja, ich renne gerade nach oben. Okay, ich habe keinen mehr. Ich habe einen noch. Gut, dann gehe ich jetzt runter in den Keller. Warte, ich komme mit. Oder brauchst du mich nicht? Nee, das brauche ich nicht. Ach so, das ist ja wieder hier. Ich fange schon meine Waffe, ja. So. Oh mein Gott. Man sieht das bei dir. Die leuchtet so richtig geil. Hörst du den Schuss? Schalldämpfer. Lass mich, äh, Marktplatz. Ja, ja. Das ist mir hier zu gefährlich. Oh, Ping von 200. Geil. Na, dafür hast du das Skill. So, dann darfst du jetzt mal einen nehmen, ja? Gib mir doch mal die Lokos. Oh, bitte, Punkte. Bitte, Punkte. Schnell nachladen, während ich am Rennen bin. Das passt schon. Oh. Da kam schon wieder einer von hinten. Sag doch was. Fick ich doch. Du musst doch mit mir sprechen. Mach ich doch. Hallo. Hier kommt einer von hinten. Maximale Munition. Wie viel halten die eigentlich aus? Nicht viel von meiner Waffe. Ah, vom Revolver, Alter. Die schießt den fünfmal in den Kopf. Ich glaube, das ist der letzte Zombie. Schaff ich nicht. Der ist viel zu nah dran. Egal. Ich bin jetzt tot. Ich werde das sowieso wieder verrecken. Ich sagte das. Ich bin jetzt direkt. Nein. Wir kämpfen gegen ihn. Überall. Jederzeit. Und jetzt schaffe ich es gerade ganz gut, aber mal schauen wie lang. Ich habe bei mir hier keinen Zombie mehr. Ich habe bei mir einen der rennt, also ich glaube es ist der letzte. Gut, ich mache hier nochmal ein bisschen zu. Ich gehe jetzt in den Keller, ich hole punch meine Waffe. Ja warte, 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 ich muss mir eine zweite Waffe holen, definitiv. Es geht nicht anders, weil mit der Shotgun, ich brauche wenigstens noch einen MG. Wir müssen gucken, dass ich das schaffe meine Waffe auch noch zu punchen, so viel habe ich ja auch nicht mehr, was fehlt. Eine weitere Waffe. Renn, 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 du Vollpfosten! Mann, Kalle, bist du denn so dumm zum Scheißen, beziehungsweise Tastatur? Ja, ja, ist die Tastatur schon. Ja, ist doch so, ich drücke Sprinten, fängt an zu Sprinten, ich drücke 10, ah, ich drücke mich. Was für eine dreckige Scheiße ist das? Wo ist der Zombie eigentlich, der dumme Wichser? Keine Ahnung, bestimmt bei mir. Ah, da. Da ist er. Da kommt. Digga, läuft bei dir? Komm, ist die Rolle ums? Oder kommt ein Dicker, ein Dicker kommt. Was so groß ist, hört man ganz schön tief an. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh Mann! Fick dich einfach, Mann! Ich kann dir gerade nicht helfen. Äh, darum geht's doch nicht. Kommt ein verkackter Zombie, ich schieß den ab, aber nein, irgendwie trifft er den nicht. Ich bin tot, von hinten kommt das Monstervieh. Jetzt ist ja auch meine Facecamaufnahme abgebrochen, weil es so voll ist. Wenn die jetzt komplett weg ist, dann kotze ich ab. Mach die platt jetzt einfach. Ich darf mir ne neue Waffe holen, Mann! Ich könnte feiern! Party, ich will abgehen! Du hast hier echt eine Sauerei gemacht. Hoch die Hände! Wuuuh! Put die Hände ab in die Air! Ich höre euch nicht schreien! Party, Party! Jetzt kommt die Rolle um. Ja, kannst du mir helfen kurz? Na, da ist schon einer und ich kann den natürlich mit der Dings nicht gut töten. Mach doch auf jetzt! Ah! 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 Du Hurensohn! Mann! Jetzt ist die Waffe weg! Fick einfach dein fucking Leben! Bah! Nee! Schnauze voll! Ich mach gleich Ragequits! Ob ich jetzt verblute oder pengen, ist mir jetzt sowieso egal. Da ist eh keine Waffe. Aber jetzt bin ich natürlich hier und ab hier keine Zombies! Weißt du, jetzt lohnt sich das auch zu sterben! Krass, denn jetzt hast du wieder so ein fettes Vieh? Nee, das ist noch so eine Pugel. So, jetzt renne ich hier oben wieder runter, um mir schnell eine Waffe zu holen. Wahrscheinlich ist das jetzt noch eine billig fucking Huch in so eine Waffe, die dir einfach eine Fotze schieben kann. Boah, keine! Ja, was denn? Das ist doch wahr! Das ist nur ein Spiel! Nee! Jetzt hab ich wenigstens mein schönes MG wieder. Obwohl es ein anderes ist, aber es ist trotzdem ein MG. Die Fotzenkacke, Hurensohn, pisser Fotzenkind! Das schneide ich alles rein, Digga! Glaub ich dir sogar, dass du das machst! Oh quer, ey! Ja! Ja, ihr Fotzengesichter! Wir schießen aus allen Rohren, hast du gesagt! Alles töten, ne? Yo Ich sagte keine Röstiger Verluste Ja, ich weiß, man kann hier auch noch mit den Eiern und den Schwertern, aber das schaffen kann und ich jetzt nicht Weil ich in 9 Minuten Besuch kriege So, ich würd sagen, nach der Runde beendet ich das aber auch, ne? Ja, können wir gerne machen Ich muss kurz neu laden, nachladen Dankeschön Gut Naja, diesmal haben wir wenigstens über Runde 10 geschafft heute, das ist das erste Mal Aber überleg dir mal, wir haben über Runde 10, das was du immer wolltest und jetzt haben wir es Naja, ich wollte Runde 20 Ja, aber vorher hast du dich mal aufgeregt, weil wir noch nicht mal Runde 10 geschafft haben So Leute, ich würde aber sagen, das war... Oh, jetzt kommen zwei von den fetten Viechern, ne? Ähm Oh mein Gott Aber den machen wir noch Weg! Weg! Oh Mann! Lauf! Boah, wenn du in der Tür stehen bleibst, du Hammelkeule Hahahaha Alter, das habt ihr jetzt hier Party! Oh, ich bin tot Na, ich bin tot GG, das war's auf jeden Fall Gut Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst euch den ganzen immer einen Daumen nach unten Äh, oben da Nach unten Hahahaha Umgedreht Und schreibt in die Kommentare, ob ihr auf jeden Fall nochmal eine Runde sehen wollt Und wenn wir dann nächstes Mal wieder dabei sind, dann... Wird es locker länger gehen und auch ordentlich zugeschnitten Und alles drum und dran Kalles Kanal abonnieren Daumen hoch Jedes Video anklicken Überall einen Kommentar schreiben, dass es gut ist Und bei mir vorbeigucken Bei Twitch, bei Twitter und überall Alle Links in der Beschreibung Haut rein, ciao!